Viele Menschen, die meisten, die zur Beratung kommen, wollen mehr Geld, mehr Gesundheit, also mehr Erfolg. Und sie sagen, ja, ich habe das nicht oder ich bin verschuldet oder was auch immer. Niemand stürzt ja von selber zufällig in Schulden. Das geht nicht. Die müssen sie ja verursacht haben. Und wenn sie das ändern wollen, müssen sie die Ursache ändern, nicht die Realität. Zum Beispiel beim Erfolg, eigentlich ist das Wort, ich brauche die nur auf die Weisheit der Sprache hören, schon die vollkommene Gebrauchsanweisung. Denn Erfolg ist, wie die Weisheit der Sprache schon sagt, etwas, das erfolgt. Damit Erfolg erfolgen kann, muss etwas vorausgehen. Sonst kann ja der Erfolg nicht erfolgen. Das, was vorausgeht aber, bestimmt das, was erfolgt. Das heißt, um den Erfolg brauche ich mich gar nicht kümmern. Ich muss die richtige Ursache setzen hier für den gewünschten Erfolg und dann muss das geschehen.